Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem Spiel auf meinem Kanal, das auf YouTube noch nie jemand gebracht hat, aber vor allem ich noch nie gebracht habe. Und zwar ist es Scribble.io. Eeey. Mit den beiden Pilzern. Been a long time without you, my friend. But now I'll see you again. But we'll never see each other again. Nein, ey. Quick. Ah. Das ist die Folge plus. Nein. Willkommen, wir gehen. Vor allem hier war noch Wolke plus Erde nachgeschrieben. Gras. Sechs Buchstaben. Hier ist Ding, der steht da. Der ist draußen. Ja, Mann, ich habe es. Hä? Easy. Wiese? Ich bin der letzte Plan. Ein Knödel. Ich trage jetzt gar nicht. Bautsmobil. Er schreit wirklich Bautsmobil. Was ist das? Hä? Warum hat der seinen Schwanz draußen, ey? Es geht. Ein paar Sekunden später. Ja. Was? Ey, ratet doch mal vernünftig. Es geht um diese Person hier. Nicht um das hier unten. Es geht um ihn hier. Ja, Tony Harkin, sage ich doch. Es geht um ihn. Ey, warte mal. Oben wird schon eh angezeigt. Ey, das kann doch nicht Skateboard-Wichser. LOL, ich habe es. Kerze. Äh. Nein. Ja, nein. Ja, genau. Ich dachte. Hä? No problem. Hä? Oh mein Gott. Wir wären eigentlich richtig gut, aber wir sind einfach zu dumm zu schreiben. Hä? Äh. Ähm. Äh. Hä? Äh. Ah, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Nee. Ich habe es, ich habe es. Nein, 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 what the fuck. Hä? Äh. Das ist doch kein Diggel. Ein Schraubenzieher. Kann es sein, dass du dumm bist? Sag doch jetzt, was es ist. Ja, keine Ahnung. Was ist das hier? Ein Schlüssel. Was ist das hier? Schlüsselzüge. Eine Säge. Alter, seid doch nicht so dumm. Schlüsselschraube. Ja, eine Schlüsselschraube war das natürlich. Inventor Skifahren. Masterkartenlesern. Ich habe nie viel. Das ist ein Geil. Ja, sehr gut. Das ist ein Geil. Ui. Oh. Ui. Jawohl, ich habe es. Nice. Ach. War gut gezeichnet. Ich habe doch Skispringen schon geschrieben. Nein. Nein, du hast Skisksk. Du hast Skiskspringen geschrieben. Ey, Max hat einfach doppelt so viele Punkte wie ich. Ich habe es nicht gemacht. Hä? Ah. Ampellicht. Oh mein Gott. Äh. Oh. Ampelbeleuchtung. Nee. Ah. Oh mein Gott. Ich habe es. Geh nicht. Hä? Das ist. Hä? Ich check es auch nicht. Ah. Oh mein Gott. Ich habe es. Ich weiß es. Ja. Oh ja. Nein. Ja, Mann. Was ist das? Toastbrot. Toast. Brot. What the fuck? Bernd. Grünbrot. Das Brot. Grünbrot. Oh, ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Nee, 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 nee. One hour later. Nein, besser. Oh nein. Ey, okay, warte. Das, was ich jetzt habe, ist auch komisch. Vier Buchstaben? Alter, ist besonders. Fertig. Fertig. Prost da. Hä? Blatt. Blatt drauf. Ich versuche mal, ob ich es noch ein bisschen besser zeichnen kann. Ah. Huh? Es geht um, ja, okay. Nein. Gut. Hä? Nee, schon wieder sowas. Was ist das? Oh, Wand. We have flows in you von James Beetle, bro. Ja, Meerwasser. Genau. Ah, ich habe es. Ja. Nein, Junge, schon wieder vertippt. Ja, Mann. Hey, wie kannst du immer noch vor mir sein? Rakete? Wie ist es der Rot? Bloten. Bloten, da, Mann. Geht es dem gut? Hä? Oh, ja, ich habe es, ich habe es. Nice. Hä? Nice, Junge. Let's go. Hä? Äh? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Oktopus? Two hours later. Oktopus, Frau. Äh. Spider-Man. Spider-Man. Oh Gott. Da drin sind Viecher. What the fuck? Da drin sind Viecher. Das. Check. Ja, geht. Ja, Junge. Warte. 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 Ey, ich kann da, ich kann da nicht noch mehr zu zeichnen. Ich kann auch hier das hier, warte. So. Ah, korrekt. Strohhalm. Ey, das ist echt gut. An alle, die gerade zugucken so, oder die das gerade schon wissen. Das ist mit einem Löffel. Ich habe es, ich habe es, ich habe es, ich habe es. Das ist mit einem Löffel, man isst es. What the fuck? Da ist was drin. Und zwar ist es eine Entensuppe. Entensuppe? Was ist eine Entensuppe? Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Und ich weiß auch nicht, was das Entensuppe ist. Then we take this one. This is going to be very easy. Ah, 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 wie heißt das? Wie heißt das? Ich habe es. Wie heißt das? Ah, da ist er. Okay, krass. Ey, ich bin erster. Ich bin erster. Oh mein Gott. Von Wortschneiden zum Skyrim zurück. Ähm. Äh? Oh mein Gott. Ich habe es. Nein, nein, wehe. Ja, fuck, fuck. Junge, was ist los? Hä, was soll das sein? Hä, das ist, sagt mir nichts. Junge. Oh mein Gott, Alter. Das ist doch ein Koppensier. Das war echt gut gemalt. Und? Oh mein Gott. Was hat der für 10, Alter? Nur wenige Minuten später. Digga, was ist das für ein Wesen? Die Raspers. Ja, sehr gut, Alter. Sehr gut. Sehr gut. Was ist der erste Teil des Wortes? Ja, okay. Kanarien. Jawohl, nice. Ey, nur bei der Schmerz. Ich bin kein perfekte Scheiße. Audi. Ja, Audi. Genau, Audin. Oh Gott, ja. Sorry. Äh. Hä? Groß. 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 Gebäude. Ah. Firma. Kamin. Firma. Hey, no joke, ich komme nicht drauf. Ey, was denn? Mal weiter, du dummer. Junge, pack mich ab. Äh. Ja. Nein, nein. Junge, wie? Oh mein Gott. Ey, krank. Krank. Ey, ich bin heftig. Ich bin unnormal heftig gerade. Fettsack, Alter. Safe. Ilja. Es geht um was Besonderes. Und zwar um das hier. Kannst du auch noch mal einkreisen. Hä? Junge, was? Hä? Hä? What the fuck? Ach, weil du Aschenhöhlen geschrieben hast. Junge, ich dachte, du hast es schon gedacht. Ja. Ja. Und now we do that. Spam detected, you're sending too much, too many messages. Ah. Ah. Oh. Hebt das hoch, mein Kind. Dann ist hier noch so das. Da ist so Androck. Der steht so da. Der hat so das, das, das. Das hier mit der Hand hat der so. 2000 Jahre später. Was tun die? Waaah. Aaaaaah. Ein Vogel. Bitte den Schwanz mal. Ich kann so nix erkennen. Ja, warte. Mal den wixenden Schwanz. Schnell wixen. Ja, okay. Okay, gut. Jetzt können wir arbeiten. Die Haare. Boah. Äh. Was ist das hier, ne? Herzkoffer. Kann ich das hier neu starten, weil mein ganzer Chat ist gerade blau. 12 seconds later. Ich bin rausgeflogen. Ich bin auch raus. Sehr viel spät alleine. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ja, ich. Wir haben alle gewonnen. Ja, Freunde. Sorry für das direkte, abrupte Abende von dem Video. Aber bei mir, habt ihr ja gesehen, ist der ganze Chat irgendwie blau geworden. Danach ist alles irgendwie blau geworden. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Sollen wir öfter irgendwie Scriblio spielen. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Matt und Ess sind nicht verlinkt in Beschreibung. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.